Musik Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute in Niedersachsen und zwar in Goslar zum Schützen- und Volksfest Goslar 2018. Wir haben richtig schönes Wetter, blauer Himmel, Sonne, 22 Grad, leichter Wind und die Spielzeit ist bis zum 8.7., nächste Woche Sonntag. Die Öffnungszeiten schreibe ich noch in die Videobeschreibung und hier haben wir schon den Lageplan. Schauen wir mal drauf. Also wir sind jetzt hier oben und gehen jetzt einmal hier über den Festplatz und wir schauen mal was es hier alles schönes gibt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020